Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rav zusammen mit The Snake. Moin moin. So, wir haben mal geguckt. Wir wollen in die Insel. In ein Flummi. Bist du ein Flummi? Ja. Auf jeden Fall gibt es hier keinen Platz mehr. Anscheinend. Hast du den schon gelootet? Könnte sein. Hatte ich, glaube ich, noch letzte Folge gemacht. I don't know. Brauche ich ja nicht mehr rüber, oder wie? Holz bin ich gerade bei. Ja, dann brauche ich ja nicht mehr rüber. Nee, aber du kannst das Holz auf unserer... auf unserem Schiff gerne... Komm mal. Und mir das nur einpflanzen. Du meinst, dass das noch nicht fertig ist? Inwiefern? Ja? Dass die... Dass halt das Holz von unseren Dings noch nicht fertig ist. Holz von unserem Dings noch nicht fertig? Was ist Dings? Ich... Ich bin gerade voll verwirrt. Du wolltest... Hast gerade gesagt... Ich bin nicht der Meinung, dass das hier schon fertig ist. Ja, was wird wohl schon fertig sein? Dass du oben schon abgeholzt hast. So oben abgeholzt habe ich noch nicht. Okay. Aber... Ich habe... Unten... Schon alles aufgesammelt. Ah. Da ist schon nichts mehr. Sieben... Neun... Wir wollen natürlich auch noch die... Anderen Inseln mal wieder ansteuern. Du bist hier. Auf den Rückwärtsgang dringend gehabt, ne? Ja. Das hatten wir. Auf geht's. Richtung Radiotower. Mal gucken, was sich da nach dem Update-Teil getan hat. Sag mal eben. Ja? In deinem Kistenwirrwarr, ne? Ja. Kannst du mir erklären, wo du... Scharniere und so, Bolzen und so was drin hast? Fertiges? Oder rein so. Achso. Hab nix gesagt. Das Ding hat sich neu gelohnt. Vier Bananen-Samen. Und keine Banane. Und zwei. Achso. Die hier. Bisschen mehr. Oh, jetzt bin ich bei acht Bananen. Und einmal Samen gekriegt. Ich finde ich gut. Ich glaube, wir brauchen auch eine größere Kiste. Für Bananen, oder? Nee, für das Saatgut. Ah. Ja. Einen Mongosamen brauche ich. Die, die sind sogar so irgendwie immer schlimm. Weiß ich nicht. So, gucken wir mal. Wo hatten wir eigentlich Saatgut? Was für Saatgut, meinst du? Für Bäumchen. Die stehen doch da oben. Ach ja, die standen hier bei den Bäumen. Stimmt, ja. Das doch gleich mal ablegen. Nein. Die anderen sind schon bewässert. Das ist gut. Das hat, glaube ich, das Snake übernommen. Ja. Ich brauche auch noch was zu essen. Ja. Gucken wir doch mal gleich hier bei den fertigen Sachen. Aber wenn wir in der Nähe von der großen Hinse sind, ich dachte mir schon so, wieso gab es kurze Spannbilder, oder besser gesagt, leckts bei mir. Rito? Das einzige, was wir hier unten echt nicht mehr aufsammeln müssen, ist Kunststoff, ne? Ja. Ja. Was können wir hier reinwerfen? Naja, Kunststoff kannst du nehmen und oben reinwerfen, ne? Ja. Müllpresse. Da war ja was. Da war ja was. Ab in die Müllpresse damit und dann haben wir auch... Die Palmenblätter, die Boxen sind auch wieder beide voll, ne? Nice. Alle weiteren Palmenblätter können dann auch eingeschrottet werden. Die Palmenblätter hatte ich auch schon gerade gemacht. Also... Äh... Zerstört. So. Ja. Das muss man mal sagen. Oder besser gesagt, gepresst. Ähm... Ja, wir haben einen Kurs auf Radio Tower. Ja, was soll ich da gerade machen? 900 Meter, ne? Hoffen, dass wir nebenbei auch genügend Loot noch mit einsammeln. Loot, 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 loot. Richtig. Loot, loot, loot. Bei fertige Sachen hatte ich noch was gesehen. Genau. Das da wollte ich mal rausnehmen. Weiß ich nicht, was du da gesehen hast. Ich hab da was gesehen. Ich weiß es nicht. Nein, nein, weiß ich nicht. Juhu. So. Das klappt ja. Davon. Ne, wir brauchen vier. 400? Ja. 400 davon. Oh, 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 oh. Aber das mit der Hitbox von den Schildern ist immer noch nervig. Ah, a little bit, ja. Und zwar noch mal eben das ein bisschen raus. War mir das doch klar. War mir das doch klar. Dann haben wir das soweit und dann können wir mal gucken. Ob das so funktioniert, wie ich dachte? Glaube ich nicht. Ähm, glaubst du nicht, Herr Milch? Nee, was das so nicht funktioniert. Ach so. So. Sag mal eben, du bist ja gerade oben, ne? Ja. Magst du mal eben gucken, ob die Kartoffeln- und Rübenkiste voll ist? Ach so, ich bin nicht oben. Unten. Sag mal, du bist doch gerade oben. Ja? Solltest du dir vielleicht angewöhnen, morgens mal einen Kaffee zu trinken? Vielleicht wirst du dann ja wach. Nee, sowas trinke ich nicht. Hält sich aber auch wieder an. Mist. Freut dich nicht. Naja, sagt er jetzt wieder so. Ja. Sollte ich denn jetzt nachgucken? Was? Na, nach deinen Kartoffeln und... Äh, aber bist du so weit bist, hab ich schon gemacht. Kartoffeln und Rüben sind voll, ne? Ja, ja. Hätte ich dir aber auch sagen können, weil in der einen Folge, oder besser gesagt, beim letzten Mal hattest du die voll gehabt. Ja, ich dachte, du hättest eventuell noch Suppen angeschmissen oder so. Nee, hatte ich nicht. Guck. Ähm... Boah, dann können wir nämlich nochmal wieder ein bisschen Dings herstellen. Sprit. Glaub ich, die nehme ich da jetzt rein. Okay. Dann gibt das wieder ein bisschen Benteng. Ja. Da müssen wir nämlich auch ein bisschen aufpassen. Oh. Weil wir da nicht mehr... auch nicht mehr allzu viel von haben, ne? Ja, weil wir ja die ganze Zeit damit fahren. Ja. Auch ein bisschen aufpassen. Das hab ich jetzt gesagt, die können dann da rein. So. Wir mussten ja das Netz auch high sicher machen. Ich hab keine Lust, da 8000 mal runter zu laufen. Nicht? Nicht? Warum nicht? Weil das eine Arbeit aushalten könnte. Ja, das stimmt. Das ist schlimm. So. Da unten noch mit rein. los. Ja. 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 Ich geh hier schön und guck. Ja. 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 Ich wollte hier jetzt erstmal mich ein bisschen um den Bau kümmern. Ja. Kannst du. Holz. Müsste eigentlich auch nicht was da sein. Eigentlich. Äh. Insel vorauskappen. Ja. Ja. Das ist da wo wir hinwollen. Ja. Ich wollte nur erwähnen was die Insel voraus ist. Das ist sehr nett. Weil ja keiner. Weil keiner oben rum turnt. Und darauf achtet. Deswegen wollte ich darauf hinweisen. Das ist sehr nett von dir. Wir müssen auf jeden Fall Stützbalken ziehen. Ja. So. Sind wir gleich da? Weiß ich nicht. Ich bin wieder unten. Ich seh das. Ich bin gerade am anlegen. Ich hab gerade unten mal die Batterien von den Wassersprenklern ausgetauscht. Aha. Weil zwei davon waren schon fast ganz leer. Ja. Komischerweise die beiden hinteren also die nach vorne vom Schiff. Die gehen irgendwie komischerweise sehr sehr schnell leer. Also schneller leer wie die anderen. Guckst du wegen einparken? Wolltest du seitlich ran oder rückwärts ran? Rückwärts. Ja. Denn jetzt gerade. Gerade. Ja. Zurück. Zurück. Ja. Tuff. Tuff. Sind wir sind angekommen. Ja. So. Ja. Dann hauen wir uns mal eben noch ein Stück. Wels rein. Er lachs. Wels. Hast du schon mal tolles gefunden? Nö. Nicht wirklich. Schrott. Ja. Schrott und Kunststoff. Und beides. Kunststoff am einschmelzen. Ja. Kunststoff hatte ich mir auch einen Stack rausgenommen. Hat es verbraten. Okay. Kunststoff haben wir wieder Platz in der Kiste. Ähm. Darum. Ist doch hervorragend. Was hast du in Hamburg? Ja. Die Rezepte kannst du liegen lassen. Die haben wir. Ja. So. Ich denke mal gibt keine neuen Rezepte hier. Gehe ich auch von aus. Äh. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, dass sie was geändert hat. Hä? Auf dieser Insel. So. Haben wir noch was? Eine Notiz. Ja. Hat mir nichts gebracht. Ne. Die hatten wir schon. Ja. Warum? Sag ich ja. Hat sie nichts gebracht. So. Wie kamen wir jetzt nochmal einen höher? Aha. So. Dann gehen wir ganz nach oben. Ja. Geh mach. Hier sitzt jemand. Warte. Ich will auch. Ich bin ja mal wieder runtergefallen. Ja. Auf jeden Fall ist der Plan hier von Utopia. Hängt hier. Ach. Jetzt hängt der Utopia Plan hier. Ja. Oder was ist das? Hey. 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 A friendly face. Er hat gesagt, dass wir freundlich sind. Wieso wird hier eine Person alleine zurück gelassen? Ich muss ja was ausgefressen haben. Ja. Naja. Spielbarer Charakter. Juhu. Kannst du jetzt spielen? Ich wollte das Spiel nicht wieder ausmachen. Hast du. Hast du gerade gesehen? Die ist weggeportet? Ja. Eben. Packte sie auch. Komisch weg. Ja. Ja. Die ist jetzt weg. Jetzt ist da nur noch ein Marker, wo du wieder hingehen kannst, um sie wieder anzuquatschen. Ach. Okay. Was baust du da eigentlich? Ich fragen darf. Wo? Oben? Ne. Da einmal ums Schiff rum. Ach. Du meintest halt die Dings, die Fangnetze. Weil wir ja gerade ausfahren, damit wir noch ein bisschen mehr einsammeln. Ja. Du musst aber noch ein Netz setzen, ne? Und es ist erst eine Tonne entgangen. So. Nächste. Mit Zugehör. Ja. Habe ich. Ja. Kommst du mal eben runter? 519. Zeige ich dir, wo du noch ein Netz einbauen müsstest. Ja. Komm ich. Sofort. Jetzt. Bitte. Danke. Ich habe nur noch mal eben den Kurs auf die nächste Insegel gesetzt. Ja. So. Ich muss ja auch noch was denken. So. Brauchst du nicht. Unnötig, ne? Mit überbewertet. Bin auf dem Weg runter. So. Da bin ich. Auf beiden Seiten musst du hier nochmal rausbrechen und Netz einbauen. Hier ist erst eine Tonne abgehauen. Ja. Das wird sicherlich auf der anderen Seite auch passieren. Kann man machen. Kann man nicht, nur sollten wir. Ja, bin ich schon bei. 3. 4 Titan für. Was? Kein Spaß. Ich will die nicht austesten, die neuen. Die machen für mich keinen Sinn. Ne. Hat Gronkh ja auch schon gesagt. Die. Unnütz. Äh. Gute. Deine. 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 Ja. So. Ja. So. Ja. So sollte reichen. Ähm. Banken und Kunststoff sollten wir trotzdem mitnehmen. Nehme ich es oder so mit. Wieso? Ja, ich habe noch ein bisschen anderes vor. Aha. Ist noch ein Baibo-Bau. Ja, ja. Mhm. Mhm. Wenn es mehr äh Material geben würde, dann hätte sich das, also mehr Holz, dann hätte man das echt mal machen können. Oder effektiver am Anfang Holz. Natürlich habe ich jetzt was vergessen. Was denn? Metall mitzunehmen. Oh. 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 Das sind Metallbahnen. Wir kennen doch unseren Freund den Haid, der mag sonst das gerne essen. Ja. Ja. Ein wenig. Und noch ein bisschen Rot mit. Was für Nägel benötigen. Was für Rot. Was für Rot. Was für Rot. Was für Rot. Aufbeschworen. Nicht beschweren. Ja. Keine Sorge. Du hast die magischen Worte gesagt. Du hast die magischen Worte gesagt. Ja. Hi. Bla bla bla. Genau das. Du hast die magischen Worte gesagt. Wenn er so frech ist, ne? Musst du ihn leider köpfen, ne? Dann lad ihn doch mal zum Essen ein. Nicht machen. Vielleicht ist er dann nicht mehr so unfreundlich. Hemphi sind wir bei einer Insel. Kann das angehen? Könnte sein, ja. Guck mal. Ja, wir sind bei einer Insel. Ja, wir sind hier aufgelaufen. Ich habe das gerade gesehen durch die Netze durch. Ja. Wollen wir da das Holz mitnehmen? Ne. Wenn du sonst so eben den Schatz suchen wolltest, dann kannst du das ja noch tun. Dann machen wir das eben. War nur Vorschlag. Ich habe gut angelegt. Tarn und so. Du weißt ja. Ja. Aber bevor ich runtergehe. Ähm. Ja. Ich höre. Ich bin ganz hoher. Ich habe Angst, dieses Stück wegzunehmen. Okay. Aus dem Grund setze ich das lieber hier hinten hin. Machen wir so. Aus dem einfachen Grund nicht, dass uns dann die Wand da einreißt. Das wird ziemlich viel Holz kosten uns. Ja. Und das will ich vermeiden. Das glaube ich dich gerne. So. Hier mit der Schaufel einmal rein. Gucken. Was haben wir denn da? Kann ich nicht. Ein Titan. Hey. Kannst du wieder was bauen eigentlich? Aus Titan? Muss ich gleich mal gucken. Ach. Kann wir hier Sprit laufen? Wie ist hier denn aus? Ja. So. Auch noch mit. Ja. Also wir brauchen, wenn es möglich ist, ne? Ja. Brauchen wir echt noch einen von diesen Staubsaugern. Meinst du? Ja, weil einer echt schnell immer leer ist. Die neue Batterie könnten wir machen. Oder das. Das wäre natürlich genial. 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 Wieso hatten wir beide den gleichen Gedanken? Weiß ich nicht. Kriegen wir erstmal nochmal einen hier. So. Die Fahrt geht weiter. Ja. Wieder etwas Schrott. 1200 Meter noch. Krass. Dann sind wir bei der nächsten Insel. Ähm. Voll. Irgendwas wollte ich noch? Ja, ich wollte mal nachgucken, was benötigen wir für diese neue Batterie. 4 Titanen. Wir werden eigentlich alle Sachen aus 4 Titanen gemacht. Anscheinend ist das so die neue Währung. 4 Titanen. Du willst das und das machen? 4 Titanen. Du willst das und das machen? 8 Titanen. Du möchtest das haben? Ja. Du möchtest das haben? 4 Titanen. Ja. Bist du? Bist du? Wem standst du da noch? Haha. Jetzt ist das ein fettes Ding. Ich will kommen. Ich hab die gerade unten ausgetauscht nämlich. Naja, die ist schon wieder in gelb. Ja. Nimmst du die? Ich nehm sie runter. Alter. Ja. Haben wir noch 4 Titanen? Du hättest sie gerne noch einmal, ne? Ja, damit wir hier unten dann tauschen können. Dann können wir eigentlich die alten abwracken oder geht das nicht? Ne. Ernsthaft nicht? Du kannst sie nicht in den Schrottdings reinwerfen. Äh. Und dann bekommst du ja auch nicht das wieder raus, die Ressourcen. Ja. Wir benötigen halt noch einen Titanen, dann hätten wir wieder 4. Ja, okay. Also. Also eins prägt gerade. Haben wir noch irgendwo ne Kiste? Wo ich denn diese Batterie hin ablegen könnte oder sonst eine? Du sie doch unten in das Ladegerät. Du hast doch Geld. Äh. Holz auf Taschen. Mach mal ne große. Und dann kommt das, was hier drin ist in ne große und die stellen wir hier neben für Batterien, die über sind. Alles klar. Vielleicht kannst du auch ins Ladegerät tun. Brauchst du nicht. Hast du auch recht. Macht mehr Sinn. Blub. Ich hab irgendwie so das Gefühl seit dem Update, ne? Ja. Äh. Äh. Lutschen die Tanks schneller leer. Kann sein. Oh. Habe ich so ein Gefühl von drin, was auch immer. Du hast Gefühle? Ne. Eher weniger. Wollte ich die, wollte ich gerade die Ziege scheren. Was eigentlich rein theoretisch auch möglich wäre. Aber naja. so. Dann haben wir das hier schon mal ungeändert. Na. Jetzt geht doch. Wie viele Meter sind wir noch entfernt? Wir sind ungetönt. Werfti? Ja. Wir könnten auch noch Tiere mitnehmen. Ja. So. Äh. Goggles und so wäre nicht verkehrt. Ja. Auf jeden Fall Vögel zwei Stück noch, damit wir schneller an Eier kommen. Ja. Damit das ein bisschen, bisschen schneller voran geht. Wo hat er das denn noch da? Und Lamas. Vor allem Lamas. Das geht viel, das ist viel zu langsam. Mit den Lamas. Ja. Irgendwann nach der Zeit hast du ja das, was du haben brauchst. Ja. Aber da, 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 da könnten wir noch ein, zwei Lamas ruhig mitnehmen. Und Ziege brauchen wir nicht unbedingt. Also mit den Ziegen kommst du locker hin mit zwei. Das funktioniert locker, aber. Ich verdurste schon. Eier und, und, ähm, Dings wäre ja nicht verkehrt. Ja. Aber. Das werden wir alles dann nachgucken in der nächsten Folge, ne? Äh. 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 Viel zu schnell. Viel zu schnell. Das gucken wir uns alles in der nächsten Folge denn an. Nein, viel zu schnell. Doch. Okay. So. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschü tschü. Tschü. Tschü tschü. Vielen Dank.